Na, was ist gut hier bei dir? Oha, warum hast du den Rattenkopf abgeschlagen? Ich habe gar nichts gemacht. Natürlich, ich sehe das doch. Ja, ich habe gar nichts gemacht. So, pass auf. Ich habe jetzt diesen Stein mal mitgenommen. Ein Geschenk an die Menschen. Warte mal, was dem Zauber eine Kraft verleiht. Diese Kraft kostet den Zauber aber etwas. Abraxaxnack dazu, zu zerstören und zu korrumpieren. Nur ein Tor würde versuchen, das Ganze zu potenziellen. Drei Elemente und ein Leben im Austausch. Also drei Elemente plus, also vier dann, meine ich. Ich habe da jetzt einen Stein, wir haben Ast, wir haben die Ratte in der Mitte. Ich mache sie wieder ganz, die Ratte. Nein, ich kann sie nicht mehr ganz machen. Das andere hier reinlegen. Das ist ja ein Topf. Wir haben doch hier gar nicht sowas wie... Also wir haben hier einen Ast. Da ist doch schon eine Ratte drin. Wie viele willst du denn jetzt noch töten? Und nimmst du meine Ratte da raus? Pack die da wieder rein. Jetzt geht das nicht mehr. Toll. Thorsten. Schön. Du hast meine Ratte geschrottet. Die hat noch gelebt bei mir. Thorsten bringt einfach alle Ratten um. Nein. 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 Oh, nein. Mann. Die Arme Katze. Ohne Witz, ne? Ich... Ich... Also... Warte ein bisschen. Ich habe noch sowas. Das ist mir ein Rätsel. It is what it is. Aber dann habe ich es immer noch. Thorsten, ich habe einen richtig bequemen Stuhl für dich, by the way. Der Style ist modern, sehr modern gehalten. Möchtest du mal probesitzen? Das ist doch dein neuer Streaming-Sessel. Nein, das ist dein neuer Mod-Thron. Bitte dodge mich nicht und setz dich mal rein. Hier kann mir irgendwas hinhängen. Ja, das habe ich dir doch eben schon gesagt. Der Baum hier vielleicht? Hallo? Ne. Das habe ich schon probiert, meine ich. Ich glaube, da muss so eine Art Zauberspruch oder so dahin, wie du es hier richtig checken. Aber kann ich die eigentlich... Ah, der ZW-Marmor. Ich habe was aus, dieser Baum. Wir müssen doch irgendwas mit diesem Wasser machen, oder? Auf dem einen Bild ist doch hier was, wo wir was kochen müssen. Aber wie? Oh, das sind die geilsten Fackeln auf der ganzen Welt. Wir sind unlöschbar. Ich mache jetzt Ratteneintopf. Man stelle sich vor, dass das Wasser blubbert. Ah. In der Schriftrolle war es. Die habe ich nicht aufgekriegt. Hast du die aufgemacht? Ah. Ihr habt ja in die Tür geklatscht. Ah, das ist das Baumzeichen, das erste. Das erkenne ich. Das ist von dem Baum. Da ist nämlich das Zeichen da drunter in der Mitte rum. Ja, kannst du das da irgendwie hinpacken, oder? Ne. Hat das jetzt hier was mit dem Altar zu tun? Also... Also der Baum wäre oben. Ach, warte mal. Ich muss das da... Ich muss das so angleichen? Was? Ich hatte ja den Ast in der Hand. Ah. Ah, 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 aha. Dann nehme ich mal eine Ratte. Die ist es aber nicht. Was ist denn die tote Ratte? Die habe ich doch gerade genommen. Mal den Kopf. Ah, okay. Der Kopf war es. Also musste man es sowieso abschlagen. Wie kann man denn eigentlich... Hier vorne war doch auch ein Symbol drin, oder? Feuer habe ich. Feuer ist längs. Habe ich schon, ja. Ich meine, wir hätten jetzt hier noch Wasser, aber ich... ...wüsste nicht, wie ich das... Was ist da drin? Wie kriege ich denn Wasser? Also wir haben jetzt den Topf, aber wir haben nichts zum Abfüllen, glaube ich. Also es steht da hinten ein Eimer, den kann ich aber nicht nehmen. Hm. Ah, ich habe es. Boom! Mächtiger Bader Bum. Mächtiger Bader Bum. Ist es gut, wenn es so leuchtet? Äh, weiß nicht. Ich, Chamberlain Konstantin IV. schreibe diesen Brief, damit meine Vertrauenswürdige... Nimm dich anders mal im Gesicht. Damit meine Vertrauenswürdige Kapitäne im Falle meines Untergangs meine Geheimnisse eingeweiht sind. Jetzt nur noch mal die Scheiße anders im Gesicht. Ich vertraue Ihnen den Fundort des Schlüssels... Hör mir zu! Ich vertraue Ihnen den Fundort des Schlüssels zum Artefakt an. Er liegt über den reinigenden Flammen hinter dem Eckstein des Schutzes. Sollte ein Notfall eintreten, suchen Sie den Schlüsse und zerstören Sie das Artefakt, machen Sie keine Experimente mehr damit. Es ist gefährlich selbst für so fromme Menschen wie sie selbst und versucht immer die tunhaften Seelen zu korrumpieren. Hört auf meine Warnung und bewahrt durch euer Herz, ihr reinen Seelen. Also... Er liegt über den reinigenden Flammen hinter dem Eckstein des Schutzes. Nimm deine Hand und geh. Soll ich mal sterben? Wo ist der Schlüssel? Ich werde angestrahlt, aber es passiert einfach gar nichts. Wo ist denn der Schlüssel? Habe ich die gerade vorüberlesen? Nee, hier ist doch ein Schloss. Wir haben doch vor allem einen Schlüssel gefunden. Der ist irgendwo in irgendeinem Raum. Oh, was ist das denn? Ich glaube, das muss am Ende doch ein ganzes Bild da geben, ne? Ohne Witz. Ich weiß nicht, wo du die Schlüssel hingeschmissen hast. Na, ich auch nicht. Ich bin so abgelenkt mit deiner Hand gewesen. Ich habe Holz gefunden. Wieso brauche ich Holz? Äh, das ist natürlich jetzt die Frage, wo du den hinklegt hast. Eines schmeiß ich immer alles auf einen Haufen. Nee, das ist ja wohl so ganz am Anfang, wo man gefunden hat. Ich weiß. Ich bin da nicht blöder. Ich weiß doch, was du meinst. Ah. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Meint ihr das hier? Moment. Okay. Jesus, mein Herz. Mir fehlt ein Zettel auf jeden Fall. Dann habe ich das Bild zusammengesetzt. Hallo, Lenny. Nee, gar nicht. Zwei Zettel. Zwei Zettel. Achso, halt. Warte mal kurz. Oh, jetzt kommen wir in den Zettel hier nicht ran, oder was? Ist das in Ernst? Jetzt komme ich da nicht mehr. Jetzt komme ich an diese Zettel nicht ran. Der hier reingebackt ist in den Tisch. Ah, jetzt. Ach, Jesus. So. Habe eine Karte zusammengesetzt, Thorsten. Mineral, das einen Dämon töten kann. Das Mineral, äh, Doistree. Die macht der Erde Rostmenschenfleisch. Ja, ich habe eine Karte zusammengesetzt. Schau mal. Ah, hier Brennstoffe hinten. Ich habe Holz hier vorne hingeschmissen. Das habe ich gerade schon gefunden. Ich habe irgendwo Holz gerade hingeschmissen. Als Brennstoff. Hast du das gefunden? Hier? Genau. Und wo kommt es hin? Hier, ins Lagerfeuer. Ah. Mhm. Geil. Hanukari. Ich habe noch mehr Holz gefunden. So, dann Menschenfleisch, glaube ich. Stand da noch? Warte mal. Die macht der Erde. Rost und Menschenfleisch. Rost ist ja... Warte mal. Ich habe doch gerade einen Schwerend auch noch rum geballert irgendwo. Hast du das schon? Menschenfleisch. Kann ich ihm das abschlagen vielleicht? In dein Gesicht. Ach so, warte mal. Die Hand... Ah, warte. Hüttel Topf. Topf ist da. Topf ist da. Du hast den Arm. Da ist das. Ich glaube, wir brauchen noch Dings. So. Das... Was für nur drei Sachen? Noch drei weitere? Was brauchen wir denn noch alles? Also, guck auf die Karte. Hier. Ich habe hier zusammengebaut. Da stehen aber nur drei Sachen drauf. Luger will mich essen. Hab's. Mineralen. Das macht der Erde ist wirklich Holz. Rost, Menschenfleisch und Teustee. Also, ich habe diesen Kristall hier drinnen. Wir haben den Arm. Wir haben zwei Schwerter. Und es sind aber immer noch zwei Flächen, die fehlen. Ne, wir brauchen den Kristall hier wahrscheinlich. Dazu brauchen wir den Schlüssel, den du am Anfang irgendwo hingeworfen hast. Äh... Na, da liegt er. Siehste? Ist doch alles da. Bin damit. Nö. Nur fehlt immer noch eine Sache. Holz. Habe ich schon probiert. Geht nicht. Okay. Den Ast haben wir nicht noch, oder? Äh... Doch. Haben wir. Der Ast. Der war hier eigentlich gerade noch gewesen. Ach ja. Ja. Hab den Ast. Ich hab das. Ein, ein schwer zu viel. Hier darfst du wirklich mal Schießern reinpacken. Ja. Hm. Müssen wir vielleicht irgendeine andere? Mineral, das einen in die Mond tüten kann. Das Mineral teures zieht. Die Macht der Erde. Ist doch dieses grüne Ding hier, oder nicht? Rostmenschenfleisch. Haaaahhh... Es wär froh, Lenny. Ich hab dich vorher noch gerettet. Ich hab dich in meiner Handtasche mitgenommen, die ein Toast. Dann hab ich zurückgelassen. So ein Ding ist das nämlich. Mhmm. Gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht... Ich habe hier noch eine Rattung. Keine Ahnung. Kann da aber nicht rein. Der lebt immer ganz kurz, wenn ich es hier aufhebe. Armer Torsten. Ja, ich oder er. Was ist eigentlich dieses grüne Ding hier? Ich habe hier einen Tisch gelögt erst mal. Ach, habe ich doch recht gehabt damit. Ja, nice. Der Nagel hat gefehlt. Äh, hoch? Okay, der Stein ist geflogen. Hier liegt ein Ast drauf. Ich habe ja wieder diese Feuerruhne. Hier oben ist die Pflanzenruhne. Hier oben. Hier ist so ein... Das Wasser. Okay. Hier. Das sind mehrere Pflanzen... Aber... Ich warte mal. So als Idee. Es tut sich aber nichts an dem Symbol da oben. Ich habe das gerade mal mit dem Ast probiert, aber... Da ändert sich nichts dran, ne? Da sind jetzt zwei Runen und hier nur eine. Das sind halt auch zwei Pflanzen, ne? Wo? Ich bin mit dem Feuer da hingegangen. Ich habe das mit dem Ast probiert, aber es hat nicht geklappt. Das zählt nicht. Warte mal. Warte mal. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch Wasser. Das war falsch. Ne, ich habe den Ast. Warte mal, wenn du den jetzt hast. Ich hole mal Wasser. Ich packe mal den Ast. Ich packe mal den Ast hier oben in die Ecke. Irgend so ein Becher, oder? Aber als nächstes ist doch dieses Pflanzenzeichen und nicht Wasser. Machen wir das Feuer an? Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. Aber wer weiß ich denn welche reinfolge jetzt als nächstes? Kann ich jetzt den Ast nehmen? Ah, hier ist auch noch mal eine Pflanze. Symbol, ne? Ja. Aber ich glaube, dass wir jetzt nach unten wieder gehen müssen, oder? Ne. Ist hier unten irgendwas. Ich habe jetzt die Pflanze aktiviert. Waschen. Also theoretisch hätte ich jetzt hier noch ein Pflanzenzeichen. Warte mal. Jetzt alles weg. Okay, nochmal. Achso, wo habe ich den Ast hin geballert? Hier unten. Warte mal kurz, hier unten ist nämlich nochmal Feuer. Achso, ja. Ne. So ist auch nicht. Ah, hier unten ist nochmal ein Wassersymbol. Ob das hier jetzt geht? Mhm. Jetzt mal vielleicht das Feuer. Hier hinten. Ob immer. Ja. Dann mache ich nochmal die Pflanze hier oben. Bada boom bada bang bang bang. Ähm. Ja. Kannst du das irgendwie durch schmoren, oder so? Ja. Bisschen wir beide gleichzeitig drücken? Drück mal mehrfach. Das sieht aus. Ist das irgendwie lösen? Oder brauche ich auch eine Fackel in der Hand? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal noch eine zweite. Moment. Neun. Neun. Können wir uns gut vorstellen, dass wir das durch schmoren müssen, ja? 321 los vielleicht mit irgendeiner axt oder so die frage ist war da jetzt eine axt oder nicht das schwert her wie geht es mit dem schneid durch die seiner in zig ohrarm